Die Holding Graz hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung umgesetzt. Eine solche Maßnahme stellen wir euch heute vor. Es geht um unsere neue Website, die endlich online geht. Was ist neu? Zum einen haben wir den Mobile-First-Charakter in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt, unsere neue Website funktioniert insbesondere auf Smartphones und Tablets optimal. Andererseits gibt es einen neuen Ticketshop auf der Website. Wir haben eine intelligente Suchfunktion, die euch möglichst rasch ans Ziel bringen wird. Und wir sind ganz besonders stolz, dass wir mit einem jungen Grazer Start-up-Unternehmen auch einen digitalen Routenplaner umgesetzt haben, der auf Basis künstlicher Intelligenz funktioniert. Wir zeigen euch jetzt die wesentlichsten Features und freuen uns, wenn wir uns in Kürze auch virtuell wiedersehen. Die neue Website ermöglicht den GrazerInnen, auf schnelle und einfache Art Dienstleistungen und Services der Holding Graz zu finden oder direkt zu buchen. Mobile-First Die neue Website bietet auch am Handy oder Tablet einen idealen Service. Dazu unterstützt sie die Smart Search, die intelligente Suchfunktion auf der Startseite bei Anliegen und liefert sofort die passenden Ergebnisse. Einfach den gesuchten Begriff eingeben und schon gelangt man zum gewünschten Ergebnis. Wie komme ich mit den Öffis am schnellsten von A nach B? Wo kann ich ein Ticket kaufen? Der digitale Routenplaner auf der Website liefert mit seinem integrierten Chatbot Antworten zu allen Fragen rund um das Thema Mobilität. Wer sich über das Angebot der Graz Freizeit informieren möchte, nutzt dazu einfach die Filterfunktion auf der neuen Website. Egal ob Öffi-Tickets der Graz-Linien, Tageseintritte für die Freibäder oder Graz-Gutscheine. Die neue Website bietet zentralen Zugriff auf das komplette Ticketangebot der Holding Graz. Schnell und mit wenigen Schritten können ab sofort Wege auch bequem online über die neue Website erledigt werden. Etwa mit digitalen Formularen wie der Wasseranmeldung. Viel Vergnügen beim Surfen, wünscht die Holding Graz.